so willkommen zu einem neuen video fragmentee am start wie immer genau schöne landschaft hier guckt euch die bäume an mutti ist jetzt hier schräg rüber und hier oben ist gleich eine lösung sozusagen ich gehe gleich mal nach oben macht das mal und löse gleich mal das rätsel alter wie sie sind hier aber mann mann sagen dass das das ist gerade das rätsel so kommen kommt zu dritt aus der hütte und fragen ob man problem hat das echt nett hier ist wieder eine falle laufen wir mal hier rüber weil ich vermute mal hier ist wieder so ein blöder wasserteufel auch hier ist eine sagt mutti irgendwo ist noch nicht wo jetzt habe ich dich geschnitten entschuldigung ich verbinde dich weil man kann diese komischen fischer wohl mit der handwaffe weg machen vorbeigehen auf das ist wieder ein ja ja ich besitze meine spritze ja dass du regeneriert auch von dir aus komplett ein bis auf einen balken zwei waren offen nehmt ne ja ich habe ja spritze gegeben gut wo wussten wir das rätsel wie bescheuert ich habe es hier schon alles klar so darunter auch hier gibt es ja gar kein das hat wehgetan ja ich musste es hier nachmachen aber ich hatte angst wieder von diesem scheiß wasser teufel ich gedacht ja komm hinterher scheiß drauf ich bin nämlich auch mal kurz was ist das oder kommt nur einer ich weiß nicht sind ja meistens drei ich bin doch kein mehr halt die sind auch heftig ich finde es immer blöd weil wenn du die abballern willst du haben mit dem zielfernrohr und dann springen die gerade kletter doch hoch da auch wahrscheinlich von der anderen seite das warst du noch ja ich war ja ein bisschen rum weil ja noch ein bisschen oh nein die weg ich habe mal von oben einen die da gemacht ist oben das rätsel das muss hier sein hier ist es genau mal gucken mal ballert irgendwer ballert hier auf mich und trifft dich oder also ich wusste ja ich hätte auf die saaten mutter geschossen aber ich hatte das gefühl dass irgendwer auf mich geschossen hat ja ist gut kannst ihnen ja nicht helfen während du vergiftet bist muss ich kurz warten es hat sich komisch angehört als wenn jemand auf mich geschossen hat aber komisch noch mal auf mal auf wieder ohne ich bin leicht durch schießt da noch auf dich mehr oder der komische feuer die starke drittlich so was zu beschossen mehr ich eher ja ich schließe gerade aber ich habe sie auch fast platt gemacht ich brenne hier gerade müssen wir müssen ja auch in die andere richtung was so weit war hier nichts ja da oben ist um ist quasi haben wir ja schon müssen ein ach ja genau stimmt über den gelöst haben können wir ja gleich hin ja weil da waren gleich drei stück die auf mich zugekommen sind eine die angelaufen kam ein typ der mich angezündet hat ja sowas hatte ich auch das reicht also und wir sind diesmal noch recht viel mehr monstern vor sie hinter dir das ist nicht getroffen jetzt sehe ich auch mal wie es aussieht wenn man blutte ja wobei ich blutte nicht das Wort dann so aus wahrscheinlich hin habe ich nur gespritzt in der Hütte müsste das Wieser man hört die anderen überhaupt nicht oder nee das ist nicht gut wahrscheinlich könnten die um die ist ja gut weg gemäht also was musste hier drin sein ja du bist da hast du genug Munition und alles ja ich habe auch nachgeladen hier gibt es Munition noch ja super dann gehen wir mal rein und gucken was los ist das ist wieder dieses Viech was so verschwindet nach der Scheiße ich mach mal die Tür zu ist vielleicht besser weil dann kann man nicht rausrennen aber das hat ja eine Weihnachtsmütze an ne echt deswegen die Spinne sah auch so komisch aus die hat ja so Weihnachtsstrümpfe Alter jetzt habe ich jetzt hat es mich gerade platt gemacht ja das macht was vielleicht kannst du ja rausgehen oder so da ich bin rausrennt oh Alter das wäre echt übel ne ja 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 jetzt bist du ganz tot oder ja ich hab dir oh du jetzt auch ne ja oh das war ein schlechtes Ende ja so Daumen nach unten da lassen und tschüss